willkommen ihr lieben zu einer weiteren folge let's play clash of clans mit mir dem torsten ach nee das soll ich ja gar nicht das soll ich ja gar nicht mehr sagen hat zwar keiner ein patent drauf aber ja ist klar leute ist das echt euer ernst dann muss ich mir halt einen anderen anfangen ausdenken wie fangen wir denn am besten mal an hi buddies oder welcome everybody oder leute was geht keine ahnung oder vielleicht auch werte herren edle damen ich lade euch ein mit mir ein wenig dieses schöne schöne spiel zu schauen aber dafür müsst ihr ein bisschen näher rücken und hier reinschauen und damit heiße ich euch natürlich trotzdem herzlich willkommen ja also ich meine wenn ihr nichts anderes mehr an kommentaren habe ich kann ja verstehen scheiß video thorsten scheiß angriff tolle angriff super sache weiß der geil aber nein ich soll mal ich muss meine begrüßung ändern ich wurde dazu angeraten weil sich schon jemand anders hat der mr mobile fred ja okay aber was soll ich sagen wie willst du denn woher soll ich jetzt die richtige begrüßung rausfinden unter den vielen youtuber die es ja so gibt es gibt ja den wurde es gibt den hallo es gibt den digger es gibt den weiß der geier also ich heiße euch einfach immer willkommen zu diesem tollen spiel hier und das wird auch einfach so bleiben oder sind wir uns einig okay aber dennoch ist das euer ernst ja das kann man natürlich jetzt zweideutig sehen ist das euer ernst ich habe eigentlich schon wieder aufgenommen nämlich gestern abend allerdings habe ich da auch immer genau das aufgenommen was ich nicht aufnehmen will das heißt also ich habe immer die pausen aufgenommen und immer dann wenn ich aufgenommen habe habe ich gar nicht aufgenommen sondern habe die aufnahme angehalten also ihr seht dann am ende die letzten fünfeinhalb minuten mein tatsächlichen angriff hier mit dem rathaus siebendorf mit der lehla und aber ist das euer ernst war eigentlich so ein bisschen natürlich auf den liga wahnsinn bezogen ich weiß nicht wie es jetzt bei euch ist bei uns ist ja gestern fast überall die liga gestartet außer beim torsten beim klaren gsi und ich glaube bei spätze mit so es auch noch nicht da suchen wir immer noch aber hier hat das hat hat der wahnsinn gestern angefangen und ich habe es aber auch so ähnlich erwartet wir sind ja in der letzten liga aufgestiegen also hatten da ja einen durchmarsch gemacht das war unsere erste liga die zweite liga sieht jetzt schon ganz anders aus jetzt gibt es ein paar neuner bei uns und es gibt ein paar mehr achter bei uns also ist der gegner auch entsprechend anders also so will ich mal sagen der gegner hat den ihr seht das hat ein elfer hat ein paar zehner und die haben auch schon so ein bisschen was da oben gemacht aber aus dem clan amigos de blas ergreift auch wahrscheinlich nicht jeder an und einige greifen hier auch mehr recht mehr recht als schlecht anfang vom gegner ihr seht dass hier so ein stern zwei sterne hier unten null sterne null sterne auf kaka und aber es gibt auf unserer seite erst mal ein bisschen was zu bestaunen oder wissen was zu begucken so kann man das sicherlich machen hier der jj ist auch schon rathaus 8 auf rathaus 8 gucken uns einfach mal an ich musste das heute morgen noch mal irgendwie bringen denn ich meine das hat mich jetzt nicht gewurmt oder es hat mich eigentlich schon gewurmt dass ich so einen kommentar mal wieder bekomme wo einer gar nicht den inhalt des videos betrachtet sondern man beachte meine begrüßung und die könnte ja so ähnlich sein wie bei jemand anders natürlich ist sie so ähnlich ich meine so begrüßt man sich in deutschland man okay in den heutigen zeiten macht man bestimmt nicht schicken sondern sagt nur so ein hallo und käme immer ein bisschen weiter weg von mir aber sicherlich begrüßt man irgendwie zu zu irgendwas und ich begrüße ich immer zu clash of clans ja also wird das auch denke ich mal einfach mal so bleiben wie ist das euch ergangen in der in der liga bisher müsste jetzt auch so der erste tag am laufen sein und ich höre ja immer nur so ein bisschen so die stimme aus dem discord aber ich bin auch mit unheimlich vielen accounts im moment in den verschiedensten liegen hier da gibt es einiges eigentlich zu berichten von leuten die sich eigentlich jetzt schon aufgegeben haben also die haben quasi zu liga start eben die sich schon auf und sagen naja dass das werden wir nie schaffen der gegner ist viel zu stark aber trotzdem denke ich kann man das irgendwie so ein bisschen versuchen im wahnsinn hier so ein bisschen entgegen zu treten um vielleicht seine seine sterne hier mitzunehmen oder die dann letztendlich für den clan und die hoffnung steht dann zuletzt ich denke nämlich dass der gegner die wir jetzt zurzeit haben auch nicht nicht mehr alle angriffe macht oder halt die verbocken unten sehr sehr stark ich meine die oben können eigentlich gar nicht verbocken können eigentlich nehmen was sie wollen wir werden uns da oben immer drei an sie müssen halt nur angreifen aber die haben ja auch nur einen angriff und dementsprechend die mehr sterne die unten lassen müssen sie halt oben ausgleichen und wir gehen so ein bisschen runter und machen von unten nach oben hinzu so weit wie es halt geht anders kann man glaube ich nicht nicht vorgehen an der stelle und aber auch der jury hat das ganz ganz nett geregelte die bases sind dann auch nicht so gut ihr werdet das sehen wie gesagt ich mache irgendwann cut dann werde ich euch das sagen und dann seht ihr einen ausschnitt von gestern abend den ich eigentlich schon fertig gedreht hatte das ist dann auch das ende und also was heißt das ende das ist das letzte stück vom video aber ich wollte den anfang jetzt heute morgen noch mal anders gestalten und also wie gesagt wenn das euer ernst ist mit den kommentaren macht das ruhig weiter es gibt auch immer den einen der mir unter jeden jeden tag unter unter eines meiner videos seine werbung setzt seine kanalwerbung ist schick aber gehört sich eigentlich nicht so netikette mäßig das heißt macht eure werbung gerne auf instagram auf facebook auf twitter in der bild zeitung oder sonst wo aber bitte nicht auf anderen kanälen denn das ja das ist irgendwie ist irgendwie mau ich meine ich habe das ich habe das selber auch nie gemacht so nach dem motto guck mal bei mir vorbei ich mache auch tolle videos würde mich sehr freuen oder was auch immer das ist nicht so das gelbe vom ei also ich meine bei links werden sowieso immer gelöscht dann ihr seht ihr seht ihn vielleicht kurz wenn jemand das ganze so ein bisschen anders umgeht aber ich glaube eher dass das nach hinten losgeht weil letzt letztendlich gucke ich über die kommentare und dann lösche ich die einfach ich meine nicht weil ich euch das jetzt nicht gönne oder so aber es nervt dann halt weißt du unter jedem video das kannst du vielleicht einmal machen unter ihrem alten video oder was auch immer was ich sowieso kein mensch mehr anguckt aber unter jedem video jeden tag naja das müsst ihr ja wissen ich dass das müsst ihr jetzt wissen wie gesagt ich bin jetzt nicht so einer der euch das nicht gönnt oder so aber das ist an der stelle nicht der richtige ansatz so will ich mal sagen aber egal ab und zu gebe ich euch auch wieder den tipp guckt in des gegners clan book vorher rein bevor den angriff macht denn auch dieser gegner hier hatte ihn nicht in allen burgen etwas drin die hier zum beispiel ist leer und auch oben der rathaus elfer hat glaube ich nur 15 von 35 truppen da kann man dann so ein bisschen rechnen was könnte da raus kommen da kann dann schon mal keine elektro dach heraus kommen oder aber selbst ein drache kann da nicht raus kommen weil der 20 platz verbraucht und da solltet ihr auf jeden fall immer nachschauen wenn ihr in diesen regionen hier unterwegs seid denn das kann unheimlich hilfreich beim angriff sein bei der bei der planung muss ich irgendwie was raus locken oder weißt du dann stehst du da und willst die clan book locken vielleicht und es kommt es kommt nichts raus und du denkst jetzt muss ja jetzt mal langsam was kommen und setzt eine truppe nach der nächsten was natürlich sehr dösig ist weil es kommt nichts klar book ist leer naja egal aber auch hier der zeck hat das ganz gut gemacht hier unten mit der truppe hat halt noch nicht jeder drachen oder ich denke mal der zeck ist dann auch er noch ein rathaus sechsten er hat ein klar book drachen dabei wenn man mal sieht wir holen wir haben uns ein ganz kleines bisschen verstärkung geholt so ab und zu verliert sich jedoch ein etwas höherer account und spendet uns dann meinen die clan burgen kann ja auch nicht jeden tag jeder zu jeder stunde da sein und truppen spenden und so haben wir uns hier so ein ganz kleines stück verstärkt und da machen natürlich dem drachen hier auch die kleinen böhmchen nichts aus 100 prozentig vom zeck schön gemacht also jetzt kommt zum ende noch mein angriff denn ich habe hier auch irgendwo mit dem rathaus sieben angegriffen also der liga wahnsinn hat in dem fall begonnen und euer wahnsinn der kommentare die ihr mir hier unter dieses video schreibt bitte auch oder auch nicht ihr braucht das nicht machen aber guckt jetzt die letzten fünf minuten mein angriff hier mit der lela und dann würde ich sagen sehen wir uns in den nächsten videos wieder ich sage jetzt ganz bewusst nicht tschüss sondern ich sag und live angriff er hat er glaube ich nicht gemacht okay dann checken wir mal unsere nummer hier die wir hier machen müssen in dem liga wahnsinn ich meine ich muss sie nicht machen die 20 aber ich mache die 20 jetzt einfach mit meinem rathaus 7 und ich bin ja jetzt kein blitzer type ich bin kein blitzer und der hat auch eine clanburg der 20er clanburg okay ich baue ich baue noch mal ganz ganz kurz um denn ich habe noch so ein bisschen meine komische armee am start die wir hier fürs event brauchen bzw für den pass das heißt ich brauche die minions nicht dann kommt noch mal ein paar drachen nach hoffe ich ein drachen kommt noch nach und 1 2 3 4 ja die sind auch fertig okay 1 2 3 4 hier habe ich immer so ein bisschen so als spenden truppe fertig hier 12 und dann machen wir unseren einzigen angriff hier wie es in den live streams immer so heißt und dann mache ich mal meine 20 20 20 20 ich gucke mal wie das ich gucke mal wie das funktioniert er hat jetzt kleine luftabwehren hier dort dort und dort ich meine man könnte jetzt auch die zwei luftabwehr blitzen aber aber dass das das lohnt sich nicht gegenüber den anderen luftabwehren ich muss halt relativ zügig hier mit mit den mit den mit den drachen rein und muss mein wut setzen 6 6 6 6 helden okay ich gucke mal ich lasse immer ganz gerne meine drachen hier auf der ecke fliegen und setze hier mal den king das hat die besonderheit dass wir am ende dann kein zeitfehler haben oder sowas so hier muss noch was auf die kanone setzen und dann können wir hier reingehen eigentlich 1 2 3 4 nehmen wir hier mal mit mit rein und mal gucken was der für drachen da drin hat und wir nehmen hier außen die los mit rein das sieht schon mal ganz gut aus da geht die luftabwehr kaputt denn meine drachen brauchen hier in der mitte noch mal denke ich mal ein extrem wut hier am rathaus die loons fliegen aber noch ganz gut außen gehen meine drachen mein king ist auch noch da ihr seht der hat auch schon level gemacht und so werden das gegen diese alte scheiße russia base drei sterne ganz ganz easy trotzdem muss ich sagen das müssen die anderen dann auch holen nein müssen sie nicht müssen sie nicht jeder gibt hier so vielleicht sein bestes also eben die drei zauber gezweckt das würde ich dass das könnte ich gar nicht wir gehen jetzt nach außen und war schon ein kleiner overkill gegen diese low 8er base also da rächt sich das auch wieder wenn leute rushen so wie dieser account hier denn er hat ja eigentlich nichts was selbst ein 7 dann nicht mal richtig aufhält selbst mit klarenburg nicht und so war das hier glaube ich verdiente drei sterne wir lassen oben einfach aus das muss ich gleich mal tippen dass wir das machen den quick training mal nach und ich muss mal gucken wo ich wo ich später mit dem mit dem fahrern komme aber erst mal hat hier ja der ligawahnsinn begonnen und dann geht er in dieser woche für euch weiter ich gucke mal der moistek der moistek hier noch mal dann haben wir noch mal ein angriff mit drin und also es ging erst mal heute ein bisschen kleiner los ich hatte jetzt in den letzten paar tagen so ein bisschen mehr zu tun mit eventuellen live streams die ich bringe mit planung klar arbeit und dann natürlich noch die aktuellen news muss man ja auch so ein bisschen verarbeiten aber ich glaube hier sind wir nicht ganz chancenlos wir wollen ich würde fast sagen liege halten aber ihr werdet im laufe der woche noch sehen in was für andere auge ist wir noch gekommen sind ich habe das ja schon gesehen auf dem discord wenn ihr das auch sehen wollt und auch die link sehen wollte dann müsste den disco join link ist immer in der beschreibung unten drin und dann sollte ihn ruhig kommt ihr ruhig in die community rein denn wir haben uns glaube ich alle gefunden ich bin mit relativ vielen accounts auch in der liga selber dabei und wird auch noch ein bisschen üben das werde auch noch sehen in dieser woche also ich habe noch ein bisschen was im petto also ein paar gedanken was man eigentlich machen kann was man machen muss und deswegen bleibt in jedem fall am kanal dran ich denke mal dann wird das eine schöne schöne liga woche mit schönen live streams auch ein bisschen muss ich das ich muss das ganze schon wieder ein bisschen belächeln aber bei der bei meinem großen account bei dem 13er haben wir noch keine liga gefunden das heißt wir sind schon in einer liga ja aber wir haben noch keine gegner gefunden da dauert es halt noch ein bisschen und deswegen habe ich heute mal hier gestartet also ouch kann man nicht anders sagen wenn es auch ouch für euch ist immer mal unten rein oder halt in discord oder wo auch immer hier ist es erst mal so ein bisschen out schon wir müssen uns erst mal ein bisschen finden dass wir hier ein wenig zurecht kommen aber sieht ganz gut aus und dann sind wir in jedem fall hier dabei er ist auch nicht mit dem zeitfeld dabei war auch ein kleiner overkill also wie gesagt es lohnt sich nicht hier zu raschen ich rasche hier auch nicht auch mit dem 7 mache ich das nach wie vor nicht denn ich habe noch ein paar mauern zu machen ja ich bin durch ich habe noch ein paar mauern zu machen ein paar forschung zu machen und dann geht diese account hier auch auf rathaus 8 das wird allerdings erst nach der liga sein und es gehen aber auch noch 22 rathäuser noch zusätzlich nach der liga hoch das werde ich euch im lauf der woche verraten wenn euch das video gefallen hat dann das war einfach jetzt so am ende aber nicht vergessen und am kanal dran bleiben und dann sehen wir uns in weiteren augst livo folgen ist erhin Bis zum nächsten Mal.